Hallihallo ihr Liebet, hier ist mal wieder die Andrea aus Andalusien und heute habe ich mal wieder ein Unboxing, la la la, und zwar ein Deck, ein Tarot-Deck, was nicht mehr produziert wird, nicht mehr publiziert wird, was glaube ich aus den 70er oder 80er, vielleicht auch 90ern ist, ich habe keine Ahnung, ich werde es dann gleich sehen. Es gibt dieses Deck in drei Sprachen, also in Spanisch, Englisch und Deutsch, ich glaube der Autor oder der Künstler ist sogar ein Österreicher und im spanischen und im englischen Raum wird es total teuer im Moment gehandelt, also es kostet über 200 bis 500 Euro, was ich gesehen habe, also es ist ein Sammlerstück und auf dem deutschen Amazon habe ich es jetzt für 4 Euro irgendwas, also knapp 5 Euro und ich hoffe, dass das dann auch, dass nicht nur das Buch ist, weil manchmal passiert das, es stand zwar mit Deck dabei, aber manchmal passiert es tatsächlich, dass dann auch nur das Buch verkauft wird, aber das ist also dieses Kartendeck, Kartenset steht hier und zwar ist das das Universal Tarot von Maxwell Miller und ich bin durch Zufall drauf gestoßen, weil ich mir in der Bildergalerie von Google, da kann man ja auf Bilder gehen, wenn man mir ein Tarot angucken wollte, also was ich mir eventuell bestellen wollte und dann bin ich irgendwie auf, da wurden Bilder von diesem Tarot angezeigt und ich glaube es ist, ich weiß gar nicht, ob es gebraucht ist oder ob es, ja es ist gebraucht, super gut, dann brauche ich nämlich keine, dann hoffe ich nur, dass das jetzt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht sortiert, dann werde ich es wahrscheinlich sortieren müssen erst, also das ist das Universal, das Universal Tarot von Maxwell Miller, das ist vom Heine Verlag und esoterisches Wissen, ich weiß gar nicht, ob es diese Verlage überhaupt noch gibt, das ist die Box, ja und das Tarot deck des globalen Bewusstseins, früher hatte man das ja so gesagt, hier steht jetzt aber gar nicht drauf, guck mal, das ist noch für D-Mark verkauft worden, für 29,90, D-Mark, ach wie lustig, also ist bestimmt aus den 90ern, hier steht jetzt nicht drauf, von wann es ist, auf der Rückseite, das Universal Tarot ist ein neues Tarot deck, das seine Inspiration aus Religion und Mythologien der ganzen Welt bezieht, genau das fand ich nämlich spannend, weil es nicht nur auf die Kabbalah hier jetzt gegründet ist, was viele Tarots hat, sondern wirklich aus der ganzen Welt und bezieht auch Indisches, glaube ich, mit ein und nordamerikanische Sachen und weiß nicht, ob australische noch dabei sind, aber verschiedene, Christentum, Islam, Buddhismus, Taoismus, der Indianer, der Schamanen, der Ägypter, der Kelten, hier steht es ja, Der Kabbalah, der Astrologie sind hier zu einem neuen, faszinierenden Ganzen verschmolzen. Der Künstler Maxwell Miller hat die vertrauten Bilder der großen und kleinen Arkanen im neuen Licht eines globalen Bewusstseins interpretiert, das die verborgene Wahrheit in den unterschiedlichen äußeren Formen erkennt. Die entstandene Synthese spiegelt das erwachende Bewusstsein des neuen Zeitalters und spricht Intellekt und Intuition gleichermaßen an. Das finde ich gut, weil, wie ich ja so oft sage, das sage ich ja auch oft in, habe ich ja jetzt auch bei dem Neumond-Reading gesagt, dass es wichtig ist, dass man intuitiv ist, aber eben den Verstand eben auch nutzt, zusammen mit der Intuition. Ja, wunderbar, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ich hoffe, dass es auch wirklich vollständig ist. Das kann natürlich bei solchen Decks, die dann schon gebraucht sind, sein, dass die nicht vollständig sind. Okay, dann haben wir hier erst mal das Buch. Das sieht genauso aus wie die Schachtel im Endeffekt. Da gucken wir jetzt mal rein. Aber es sieht eigentlich ganz neu aus, vielleicht ist es gar nicht gebraucht. Vielleicht haben die das früher nicht mit so viel Folie eingepackt. Es ist von 1995, ja, also nicht ganz so alt, wie ich dachte. Es hat eine schöne Aufgliederung hier, ja, werden nämlich die ganzen, die kleinen Arkanen werden nur unter den Farben aufgegliedert, aber hier die einzelnen Karten werden einzeln, also von der großen Arkanen werden einzeln aufgeführt. Dann gibt es noch hier eine kleine Einleitung zur Entwicklung. Diesmal ist alles auf Deutsch, das ist ja richtig entspannend. Die Struktur des Universaltero, normalerweise habe ich ja immer alles auf Englisch. Guck mal, der hat die auch umbenannt. Das Verlangen zum Beispiel, das ist die Lust, beziehungsweise die Stärke wahrscheinlich. Das Karma, das gefällt mir gar nicht, weil ich glaube ja gar nicht an Karma. Also Karma existiert für mich nicht, sagen wir es mal so. Das ist wahrscheinlich das Schicksalsrat. Ne, das Karma ist, ah, das Karma ist die Gerechtigkeit. Ah, klar, logisch, macht ja mehr Sinn. Naja, würde auch zum Schicksalsrat passen. Dann die Offenbarung finde ich auch besser als das Gericht. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das im Deutschen heißt, das ist vielleicht immer Offenbarung. Vielleicht habe ich es falsch übersetzt immer. Das Universum. Dann gibt es hier noch verschiedene Legungen. Also nicht viel drin, aber das reicht ja. Und ich finde, das Buch hat eine schöne, also fühlt sich gut an. Gucken wir mal, wie er hier erklärt. Er redet von der 7, von der Zahl. Das finde ich gut. Also ich glaube, der geht auf alles ein. Das finde ich cool und kurz und knapp. Und er hat ein Schlüsselwort immer nur für eine Karte. Das ist bei dem hier Mut. Ich weiß gar nicht, ob er die dann auch auf den Karten hat. Bei der 6 der Stäbe ist es Erfolg. Das ist spannend. Das hat auch nicht so viel Text zum Lesen, das Buch. Also jede Karte hat einen richtig schönen Text, wo alles erläutert wird. Bei den großen Arcanas hat er noch irgendwas, das weiß ich jetzt gar nicht. Ach, der Narre, da gehört das zum Narre. Hat er auch zu jeder Karte einen richtig langen Text, der aber nicht zu lang ist und kein Stichwort. Aber das reicht und es ist überall auch die Karte abgebildet. Finde ich gut. Ja, das reicht auch. Er hat hinten sogar noch ein Register gemacht, wo man dann auch gucken kann. Anmerkungen, Danksagungen. Oh, und hier hat er noch die Zuordnung von, was die, die Zuordnung. Nun, Ast der Stäbe, die Kraft des Feuers, zwei der Stäbe, Mars im Witter. Also die astrologische Zuordnung, das finde ich ja toll. Das finde ich ja klasse. Da finde ich das, für 5 Euro ist das Buch schon geil, finde ich. Das ist ja echt klasse und es gab noch mehrere Decks. Also wer Interesse hat, der kann, der Hund muss mal wieder ein bisschen wachen. Hugie, geh mal bitte woanders hin. Also, ich glaube, es gab noch mehrere Decks, wer das jetzt interessant findet, auf Amazon.de gibt es diese Decks, die werden von anderen Anbietern natürlich angeboten. Und ich meine, der Anbieter, der das jetzt verschickt hatte, das war, ist Medimops, der hatte noch mehrere für die Preislage oder 6 Euro. Also ich finde, das ist vollkommen okay für ein Tarot-Deck, was es nicht mehr aufgelegt wird und was in den anderen beiden Sprachen, ich spreche ja drei Sprachen, das ist immer praktisch. Wenn dann die Decks noch in anderen Sprachen existieren, kann ich dann immer gucken, wo ist es am günstigsten. Und da kostet das im spanischen Raum, glaube ich, um die 200 Euro oder sogar 500 und im englischen 200 oder irgendwie wurde ziemlich hoch gehandelt auf alle Fälle. Also, das Deck kommt mit Zusatzkarten, mit einigen und es ist nicht geordnet. Gut, dann werde ich mal dann kurz stoppen und den Film schneiden und es ordnen. Dann machen wir das so. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Karten sortiert und habe die Kamera jetzt auch irgendwie anders stehen. Ich kann das gar nicht gut sehen, so. Irgendwie habe ich hier was anderes, ich komme hier gar nicht hin. Also, die Karten sind jetzt sortiert, das war jetzt hochinteressant, ich habe mir die ja dann gleich schon angucken können, das heißt, es ist jetzt kein reines Unboxing. Es gibt bei diesem Deck keinen Ritter, ich habe nämlich erst gedacht, huch, da fehlt ja eine Karte, da fehlt ja der Bube der Stäbe. Ich hatte mir den Stäben angefangen zu sortieren, habe dann alle durchsortiert und habe dann gemerkt, dass nirgendwo Stäbe sind, nirgendwo Ritter. Und dann habe ich im Buch nachgeguckt und da steht, wenn ich es jetzt so schnell finde, jetzt habe ich es natürlich da zugeschlagen, aber der hat ja hier nicht so viel stehen, das ist das Gute. Der hat ja irgendwo beschrieben, warum er das nicht macht mit den Königen. Er hat nur drei Hofkarten zugeteilt, wie das auch bei den Spielkarten üblich ist, weil man sie dann besser den Sternzeichen zuordnen kann. Weil zum Beispiel der König der Stäbe ist dann der Schütze, die Königin der Witter und der Bube der Löwe. Und wenn es vier Hofkarten sind, geht das nicht. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil die Spielkarten haben ja auch nur Bube, Dame, König. Und mein eines Deck, was ich habe, das Illuminated Tarot, wenn ihr euch erinnert, das ist das hier, das verwende ich ja öfters. Wo auch die großen Arkanen in die kleinen Arkanas direkt mit drin sind teilweise. Die haben auch keinen Ritter. Das sind eigentlich hier auch reine Spielkarten. Die kann man eigentlich auch als Spielkarten verwenden, da dieses Illuminated Tarot. Weil die Arkanen ja auch noch die großen in die kleinen integriert sind und die bestehen dann glaube ich nur aus 52 Karten. Und die haben hier jetzt halt, das Universal Tarot hat nur 52 statt 58, glaube ich, waren es. Kleine Arkanen, ja, statt 56. Und ich finde es eigentlich gut, ja. Und er ist dann nochmal auf die Numerologie eingegangen, nämlich das 3, wenn es eben nur aus drei Hofkarten besteht, dass da zwei entgegengesetzte Kräfte sind und dann nochmal eine Synthese ergibt, nämlich die dritte. Und wenn es dann vier sind und die drei Heiligkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist würde damit auch ausgedrückt und mit der vier ist es halt anders. Und ich finde das eigentlich einen guten Ansatz. Ich habe mir das jetzt natürlich nicht komplett durchgelesen. Aber einfach nur, dass ihr das wisst. Also das besteht ohne die Hofkarten. Es gibt bei jeder Farbe nur drei Hofkarten, wie bei einem ganz normalen Spielkartendeck ist es im Prinzip. Die Aufteilung ist im Prinzip wie ein normales Spielkartendeck. Nur, dass es dann halt noch mit aus den großen Arkanas besteht. Finde ich eine coole Geschichte. Das Deck ist hochinteressant und auch diese unterschiedlichen Symbole, die ich jetzt gerade auf den Karten gesehen habe. Also ich glaube, ich muss mich da auch bei diesem Deck genauso wie bei dem Tarot for Elements, das hier, hatte ich ja neulich die Legung jetzt am Vorgestern, die Neumond Legung, da habe ich sie auch wieder verwendet. Und da habe ich auch das Buch komplett durchgelesen. Und das werde ich bei dem jetzt auch machen. Was heißt komplett? Ich habe da nicht alles gelesen, ist ja Englisch. Aber der schreibt hier sehr einfach und das ist ja auch Deutsch und der hat nicht viele Texte. Also ich werde mir das wirklich zu Gemüte führen. Und da ist so viel Information drin, die man dann auch für die anderen Tarot Decks verwenden kann. Weil er nämlich auf die Numerologie eingeht, auf die kabbalistische Geschichte, auf nochmal irgendwie keltische Geschichten, auf indische Götter und weiß ich nicht, was es noch alles für Religionen gibt, der Schamanismus und hast du nicht gesehen. Also hochinteressant, hochinteressant dieses Deck und ich weiß nicht, warum das nicht mehr aufgelegt wird. Also ich weiß es nicht, weil das ist ein hochinteressantes Deck, gerade für Menschen, die sich schon länger mit dem Tarot beschäftigen, ist es eine absolute Herausforderung und auch nochmal so ein Input, mal was anderes. So ähnlich wie das vor Elements Tarot, was ich habe. Okay, fangen wir mal mit den Karten an. Also ich mache jetzt erstmal die Karte an sich. Ja, das ist die Rückseite, die finde ich jetzt nicht so prickelnd, dieses Marmor gefällt mir gar nicht. Und mir gefällt auch dieses Marmor nicht, was hier am Rand ist, also dieser Rand, weil ich habe gesehen, die Bilder an sich von den Karten, die sind unheimlich schön. Ist zwar eher so eine Collagetechnik, würde ich sagen, aber die haben eine schöne Energie. Aber dieser Rand gibt dem Ganzen so einen dunklen Ausdruck, finde ich. Also empfinde ich so. Und es hat auch eine sehr, sehr männliche Energie, finde ich, durch diesen Rand. Und auch die Karten an sich, die Illustrationen finde ich auch recht männlich. Also man merkt, dass das ein Mann gemacht hat, finde ich. Und genau, also die Kartenqualität ist sehr flapsig, also sehr dünn, aber jetzt auch nicht irgendwie zu dünn. Ist ähnlich wie das hier vom Four Elements, obwohl das, glaube ich, ein Tick dicker ist. Ja, es ist ein Tick dicker. Also sehr dünne Karten, leicht laminiert. Und, ja, wenn man es vielleicht sehen kann, es spiegelt hier ein bisschen, aber nicht zu sehr laminiert. Die Karte hier zum Beispiel ist viel mehr laminiert. Und, ja, ich meine, für 5 Euro knapp ist es okay. Es ist etwas größer wie eine traditionelle Tarotkarte, also ein bisschen breiter, ein bisschen mehr breiter. Aber die Höhe ist die gleiche. Wenn ich das jetzt mit dem Illuminated Tarot vergleiche, was ja eine sehr große Karte ist, ist es ein Tick kleiner. Und wenn ich es mit dem Tarot Four Elements vergleiche, was eine ganz sonderliche Größe hat, ist es fast genauso breit, aber ein Tick höher. Also, aber die Karten sind jetzt in einer Größe in Ordnung, wo ich sagen würde, das geht noch. Also, ich mag die ja nicht so groß. Das ist hier so das größte Limit für mich. Das hat hier auch schon Orakelkarte Größe, glaube ich. Also, das ist in Ordnung, dadurch, dass sie auch ziemlich dünn sind, ist es absolut in Ordnung. Okay, das waren die Karten. Und hat ja gesagt, die Rückseite ist eben so. Und die kann man dann halt auch nicht verkehrt rumlesen. Kann man schon, aber man sieht, dass es verkehrt rumliegt. Aber der Autor geht ja sowieso nicht auf, und der Künstler geht ja sowieso nicht auf verkehrt rum ein. Jetzt bei seinen Stichworten und beim Buch. Von daher, also ich lese ja auch nicht verkehrt rum. Aber für die, die verkehrt rumlesen, ist es halt dann nicht möglich. Oder ist schon möglich, aber man sieht es halt. Okay, die Karten, die kommen mit zehn Zusatzkarten. Ja, da haben wir einmal das Deckblatt. Da steht dann auch nochmal, dass es 95 die erste Auflage war. Wahrscheinlich in Englisch, könnte ich mir vorstellen. Und die deutsche Ausgabe ist von 98. Ich weiß jetzt nicht, wann die englische und die spanische ist. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Und dann gibt es hier eine kleine Einleitung, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt braucht. Und dann hat er halt hier noch, das finde ich toll, das hatte ich jetzt auch schon bei zwei Lenomo-Decks oder dreien, wo man nochmal extra Karten hat, wo nochmal die Stichpunkte draufstehen. Und die kann man dann zu den Karten dazulegen. Und wenn man mal wirklich irgendwie auf dem Schlauch steht, manchmal ist es ja so, da kann man ganz schnell mal nachgucken und sich nochmal eine Inspiration holen. Und das finde ich ganz klasse, weil im Buch an sich hat er ja keine Stichworte. Da beschreibt er die Karten. Und ich habe da auch gerade mal reingeguckt im Buch. Also hier hat er die großen Arcanas. Ja. Und Genau, das sind alles hier die kleinen. Total klasse, finde ich die Idee. Also bis jetzt bin ich total begeistert von den Karten. Und ich habe vorhin noch mal ins Buch reingeguckt. Er beschreibt die Karte mit allen, auch mit allen, wie heißt es, Symbolen. Also das ist echt total klasse. Ach, hier fällt mir noch zu den Karten auf. Also die Verarbeitung ist halt wirklich nicht so toll. Man sieht hier noch diese Schnitte. Also wo es zusammen hing. Die Karten werden ja in einem produziert und dann auseinandergenommen scheinbar. Und dann sieht man hier noch die, da sind noch diese Knubbel. Ja. Das habe ich auch bei einem jetzigen deutschen Deck. Beim DEWA-Deck, was ich abgegeben habe, war das auch. Das nur zur Info, wer da irgendwie pienzig ist. Aber ich meine, wird ja eh nicht mehr hergestellt. Ich fände es toll, wenn es eine Neuauflage geben würde. Mit einem, vielleicht die Karten nur randlos, ja, ohne Rand. Und hier unten halt dann die Beschriftung. Das fände ich cool. Und die Karten dann halt einen Tick, also dann werden sie auch einen Tick kleiner. Jetzt bei diesen Karten ist es so, dann ist hier unten die Beschriftung jeweils. Bei den großen Arcaden gibt es die Zahl noch dazu. Bei den kleinen gibt es keine Zahl. Da hat man dann hier nur Ass der Stäbe oder 5 der Stäbe, ne? Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Durchlauf. Ich will ja gar nicht so lang machen. Dann haben wir hier den Narren. Mal ganz anders. Man hat hier ägyptische Figuren. Und dann hat man hier einen Krokodil. Und der sieht ja eigentlich eher fast, ist das hier schon fast asiatisch. Also er hat alles wirklich immer durcheinander auf der Karte teilweise. Also finde ich echt lustig. Ach ja, und der Narren hat hier auch noch übrigens die Werkzeuge, die eigentlich auch der Magier hat hier, ne? Der Kelch, der Stab, der, wie nennt sich's, das Schwert und die Scheibe. Habe ich bis jetzt auch noch nicht bei einem Narren gesehen. Dann haben wir hier den Magier, der das dann auch alles hat. Wobei, ja gut, das ist dieser Stab mit den zwei Schlangen. Sieht irgendwie aus, als ob er auf einem anderen Planeten wäre. Ganz ehrlich. Und irgendwie ist hier ja auch ein Planet, sieht das auch wie eine Planetenumlaufbahn aus. Die Hohepriesterin, die hat eine schöne Energie. Und durch dieses Viereckige hier ist das Weiche gar nicht da. Sie hat ja normalerweise eine weiche Ausstrahlung, finde ich immer. Aber durch diese zwei, weiß ich nicht, Formen, die hier so sind, dieses Viereckige, dieses Eckige, hat es wieder eine Struktur, wirkt es wieder strukturiert auf mich. Ja, okay. Die Kaiserin, ich gehe gar nicht ins Detail jetzt. Wir schauen uns einfach die Karten an. Der Kaiser. Der Hohepriester, den finde ich hier total klasse. Kein Papst, sondern einfach nur ein Lehrer, der ein bisschen wie Jesus aussieht. Die Liebenden. Der Wagen. Das Verlangen. Also die Kraft. Aber ich glaube, das lehnt mehr an den Crowley an, der das ja auch Lust nennt. Mal gucken, was der da hier sagt. Stärke Lebenslust, die Natur der eigenen Beziehung zu wünschen und Begierden, die Balance zwischen Unterdrückung und Ausschweifung. Ja, aber Stärke ist halt auch mit drin. Aber es geht noch ein bisschen weiter als Stärke. Der Eremit, den finde ich total schön hier. Absolut schön. Total schöne Energie. Das Rad des Schicksals. Das Karma, das ist die Gerechtigkeit. Karma, also mit Karma bin ich ja nicht so Freund. Aber die Karte ist eigentlich schön dargestellt jetzt in Bezug auf Karma. Diese Spiegelung hier einfach. Aber ich gucke dann, ich lese die dann anders. Für mich gibt es, dieses Karma kann ich mich nicht mit anfreunden. Der Gehengte. Spannend ist, dass hier halt das Wasserzeichen ist und hier auch Tropfen rausfallen. Tropfen und hier sind es, glaube ich, Scheiben. Ja, weil das ist ja das Zeichen für Wasser und wenn dann hier noch ein Dings ist für Erde. Der Tod. Die Zeit. Das ist dann die Mäßigkeit. Den Teufel finde ich hier klasse. Der Turm, da kann ich mich noch nicht so mit anfreunden. Der Stern. Der Mond. Hier haben wir den Krebs und den Fisch. Der Mond ist ja mit dem Sternzeichen Fische assoziiert. Was haben wir denn hier oben noch? Das ist der Glückskäfer. Die Sonne, die hat auch eine schöne Energie. Heute scheint hier kaum Sonne. Das ist eher schwül, deswegen ist es jetzt hier auch so dunkel und dann wird es immer nicht scharf. Die Offenbarung, sehr, sehr, sehr christlich. Und das Universum, das finde ich so geil, weil dieser Dervish, oder wie das heißt, der tanzt ja so im Kreis immer, die ganze Zeit und ist dann angebunden mit dem Himmel, mit der Erde, mit allem. Ja, das ist ja wie so eine Meditation, wenn der tanzt. Und das passt total gut mit der Erde, weil die dreht sich ja auch im Kreis. Und hier haben wir ja auch einen Planeten, wahrscheinlich den Jupiter, warte mal, wer war denn das mit dem, egal, wo ja auch hier so eine Umlaufkreisbahn ist. Und das passt total toll. Und wieder hier, also das ist so eine schöne Karte, die hat auch eine unheimlich schöne Energie. Ganz klasse. Die Idee allein schon. Okay, jetzt kommen wir zu den, ähm, zu den, wie heißt's, äh, kleinen Arkanen. Das sind jetzt hier die Stäbe und ich finde, die erinnert mich ein bisschen an den Crowley. Das ist das Ast der Stäbe. Sehr, 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 sehr kraftvoll. Er arbeitet gerne mit Totenköpfen, habe ich den Eindruck. Der Maxwell Miller. Zwei der Stäbe. Total schön, die Karte auch von der Energie. Auch die drei der Stäbe, die ist ja meine Lieblingskarte im Tarot. Hat eine ganz tolle Energie. Sehr, sehr kraftvoll. Dann haben wir die vier der Stäbe, die auch eine ganz tolle Energie hat, die ganz, ganz stabil wirkt auf einen. Und wenn man, wenn man, allein wenn man es dann nur anguckt, obwohl man überhaupt, auch ohne die Zeichen jetzt zu interpretieren. Eine warme, stabile, ja, Energie hat's. Dann die fünf der Stäbe. Die sechs, die sieben, die finde ich interessant mit dem Grab und ich habe auch eben nachgeschaut, was es bedeutet im Buch, weil es mich interessiert hat. Ui, jetzt hat er Schwierigkeiten mit der Schärfe. Der will nicht. Jetzt. Ne, der will nicht. Also ihr seht es ja trotzdem, es ist ja nicht so detailliert. Die acht der Stäbe. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, australisch. Auf alle Fälle tribal. Die neun der Stäbe sieht für mich jetzt eher runenhaft aus. Total schöne Energie auch, finde ich. Und auch die zehn der Stäbe. Total schön. Obwohl die Karte, glaube ich, von der Bedeutung schon ans Eingemachte geht. Und dann war das, ist das Deck jetzt so, im Buch auch ist das Deck so aufgeteilt, dass der König zuerst kommt, dann kommen die Königin und dann der Bube. Das habe ich jetzt genauso auch sortiert. Der König ist total geil. Der, der merkt man so richtig, dass der Ritter mit drin ist. König und Ritter sind da vereint, habe ich den Eindruck. Und drei Könige sind auch mit Pferd. Und ich glaube, der König der Scheiben ist ohne Pferd. Königin der Stäbe. Hier sieht man den Witter. Hier sieht man den Schützen. Das ist ja Sternzeichen Schütze. Witter. Und der Bube der Stäbe hat hier das Zeichen für den Löwen und hat hier im Hintergrund auch noch einen Löwen. Dann kommen wir zu den Kälchen. Das ist das Ast der Kälche mit dem Fisch und einer weißen Taube. Und irgendwie ist das hier für mich die Mondphasen. Das sieht aus wie so die Mondphasen, wobei da ja nur Vollmond wäre, aber naja. Aber auch eine schöne Energie, wobei das hier wie Blut aussieht. Naja. Dann haben wir hier die zweite Kälche. Auch hier diese Verbundenheit. Da ist der Krebs. Wasser natürlich. Ying und Yang. Also Dualität von den Farben her hier. Die drei der Kälche. Absolut schön. Für mich Harmonie, aber auch vorwärtskommen und was Neues. Und hier haben wir, glaube ich, Samen. Das sieht aus wie Samen. Weil die drei ist ja eins mehr von der Dualität. Das heißt, es kann auch sein, dass was Neues entsteht. Ein neues Projekt oder eben auch ein Kind. Also die Möglichkeit, sich zu erweitern sozusagen. Oder was Neues entstehen zu lassen. Vier der Kälche. Die ist auch total schön. Und hier haben wir auch lauter Samen. Hier ist das Zeichen für Krebs. Dann haben wir auch den Mond. Hier haben wir ein Hanfzeichen oder was? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie Hanf. Lalalala. Dann haben wir die fünfte Kälche. Die sechs. Wow, die ist total schön. Einfach nur so vom Bild und von der Energie her. Ja, ich interpretiere da jetzt gar nicht. Auch die sieben der Kälche. Total schön von der Energie her. Obwohl hier ein Skorpion ist. Acht der Kälche. Die ist sehr, sehr, sehr Endzeit-Stimmungsmäßig. Hier mit einem toten Fisch auch. Sieht so ein bisschen aus wie so eine neumodische Kunst. Wie heißt Dali vielleicht? Ist das der Dali, der so kündigt? Weiß ich jetzt nicht. Neun der Kälche. Und die zehn der Kälche. Die gefällt mir total gut. Sieht aber so ein bisschen aus wie die sieben der Kälche beim Rider-White. Weil hier lauter so verschiedene wie Wünsche sind. Wäre jetzt auch mal interessant zu wissen, was im Buch gesagt wird. Dann haben wir den König der Kälche mit einem Seepferd. Also keinem richtigen Pferd, sondern einem Seepferd. Das ist wohl dann ein Fisch. Dann haben wir die Königin der Kälche, die Krebs ist. Und wir haben den Bube der Kälche, den ich sehr interessant finde. Hier mit den Skorpionen direkt bei den Genitalien. Ja, und dann geht es schon weiter mit den Schwertern. Das ist das Ast der Schwerter. Mit Vögeln auch symbolisiert. Die zwei der Schwerter finde ich sehr schön. Die ist absolute Harmonie für mich. Gar nicht wie bei Rider-White jetzt so Zweifel oder so. Sondern die symbolisiert hier für mich eigentlich Harmonie. Hier auch mit dem Mond. Auch Intuition. Wobei die Schwerter entgegengesetzt gerichtet sind. Kann man dann auch unterschiedlich lesen, denke ich mal. Total spannend. Ja, was ich an dem Deck jetzt absolut fucking finde, muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Da ist dieses Deck wirklich so kreativ und so anders wie bei Rider-White. Oder, ja. Und dann wird jetzt hier bei dem Dreider-Schwerter wieder ein Herz genommen und die Schwerter durchgestochen. Also, ich habe das schon so oft gesehen bei Decks, die total anders sind. Die total tolle Bilder haben, weil man da viel mehr reininterpretieren kann. Und dann ist aber trotzdem immer wieder das Herz mit den Schwertern durch. Als ob den Künstlern nichts mehr einfällt dazu, ja. Der einzige Unterschied hier ist, dass es tatsächlich ein Herz ist. Das finde ich dann wenigstens nochmal gut. Und nicht dieses Gemalte. Aber ich finde es schade. Es ist echt schade. Naja, okay. Dreider-Schwerter. Die vier. Entschuldigung. Die fünf, die finde ich total schön. Und die ist für mich auch nicht irgendwie kriegerisch oder kämpferisch. Sondern für mich bedeutet das eigentlich Fokussierung. Fokussierung auf was Neues. Hier ist ein kleiner Zusammenbruch durch den Blitz. Aber für mich bedeutet das eigentlich Fokussierung. Sechs der Schwerter. Sieben der Schwerter. Da wüsste ich jetzt gar nicht so genau. Da müsste ich nach der Numerologie gehen. Oder halt gucken, was in dem Buch steht. Da habe ich jetzt so gar keine Assoziation für. Die acht der Schwerter hat eine total schöne Energie. Und für mich, auf mich wirkt es eigentlich absolut harmonisch. Die acht ist ja auch eine harmonische Zahl. Aber dadurch, dass hier dann wie Gitterstäbe aussieht, kann es sein, dass man harmonisch gefangen ist sozusagen. Passt dann irgendwie auch ein Stück weit zu dem Bild von dem Rider-Wyde mit dieser Frau, die ja sich eigentlich befreien könnte. So, dann haben wir noch die neun der Schwerter. Und die zehn der Schwerter, die ich total spannend finde. Weil hier sind lauter angefressene Schwerter. Und ich bin mal gespannt, was er im Buch schreibt. Was er dazu, also was es für ihn bedeutet. Da habe ich jetzt auch noch keine richtige Assoziation zu. König der Schwerter, auch mit einem Pferd. Rexquandam, ich weiß nicht, ich kann ja kein Latein. Was ist er denn eigentlich? Zwilling wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Die Königin der Schwerter ist wahrscheinlich Waage. Genau, hier haben wir ja die Waage. Und dann ist der Bube der Schwerter Wassermann. Aber auch, naja gut, hier das Wasser könnte drauf hindeuten. Wow, und jetzt kommen die Scheiben. Und das Ast der Scheiben, das hat mich total angesprochen, eben als ich die Karten sortiert habe. Also das ist so, so, so wunderschön. Ich bin ja so mit dem nordamerikanischen Urvolk, bin ich ja irgendwie total verbunden, auch mit dem australischen. Ja, also das sind so meine Tribes, sage ich mal. Mit dem indischen bin ich überhaupt nicht verbunden, mit dem östlichen, mit dem arabischen auch nicht so. Also sowas so, aber diese nordamerikanische und australische ist absolut meins. Auch ein Stück weit das südamerikanische, aber auch nicht so hundertprozentig. Und das keltische, das sind so meine, ja, meine, sage ich mal, Religion will ich jetzt nicht sagen. Wie nennt sich das denn? Glaubensdinger, wo ich so, wo ich spüre, das geht mit mir konform. Und das ist ja hier das Schild als Scheibe dargestellt. Und ein Schild ist bei den amerikanischen Ureinwohnern was ganz, ganz Wichtiges. Aber da wollen wir jetzt nicht zu weit gehen. Okay, zwei der Scheiben, die ist auch total schön. Ui, die drei fehlt, ich habe falsch, falsch sortiert. Drei der Scheiben, die vier, total schön auch, die fünf, auch total schön. Und nicht diese Armutgeschichte wie bei Rider White, sondern wirklich eine schöne Energie hat's. Die sechs, die sieben. Dieben, das ist schön. Das bedeutet für mich ein Stück weit auch Wachstum hier. Das war ein bisschen verworrener Wachstum. Ne? Mit den ganzen Planeten drin. Acht der Scheiben. Ah, die Scheiben gefallen mir hier total gut. Ich bin ja eh so auf die Münzen ausgerichtet, eher bei den Farben. Weiß auch nicht warum. Neun der Scheiben, vielleicht weil ich Erdzeichen bin. Sehr, sehr naturverbunden. Und die Zehn der Scheiben, die ist so schön mit den ganzen Mandalas hier. Und hier hat man das Feuerzeichen, das Wasserzeichen, dieses Fünfeck. So viele schöne Sachen. Aber alle als Mandala so ein Stück weit. Toll. König der Scheiben. Auch total schön. Der Einzige ohne Pferd. Er hat hier nur eine Trommel und hat ein Hirschgeweih auf und eine Maske. Was man vielleicht als Pferd dann deuten kann. Er ist übrigens Jungfrau. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann ist sie Steinbock. Genau. Mit der kann ich mich auch total gut hin. Schon immer. Aber ich bin ja, also mein Sternzeichen ist Steinbock. Deswegen ist die Königin der Scheiben auch die Herrscherin, die Kaiserin. Mit der gehe ich total. Und der Bube der Scheiben. Der ist dann wohl der Stier. Genau. Total klasse. Also ich bin total begeistert von diesem Deck. Ich bin sowas von begeistert. Von dieser Idee, da unterschiedliche Kulturen mit Kulturen und, ja, ich sag jetzt mal Kulturen und nicht Religionen, da reinzubringen. Und, ja, und, ich weiß nicht, und so ein bisschen weg von diesem typischen Rider-White oder auch Marseille und man kann es selber noch ein bisschen reininterpretieren. Und ich werde allerdings das Buch lesen, weil ich brauche ja auch ein bisschen Input für die Symbole. Ich kenne mich ja mit diesen ganzen Symbolen teilweise überhaupt nicht aus. Das Einzige, wo ich nicht konform gehe, ist hier die Mäßigkeit, die Zeit genannt wird, weil ich ja, für mich gibt es keine Zeit, kein Zeitgefüge. Und das Karma, was ja die Justitia ist. Aber alles andere ist klasse. Total klasse. Was ich auch nicht schön finde, ist halt dieser Rand. Aber ich werde sie nicht ausschneiden. Was schön wäre, eine Neuauflage, die in der Größe, wie jetzt hier dieses Bild ist, wo man was randlos ist und wo dann hier unten einfach nur dann der Name steht. Also die Benennung, das wäre cool. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Neuauflage. Dann wäre die Größe auch richtig, ist ein bisschen groß. Ja, also ich mache jetzt noch eine kleine Legung. Ich will das jetzt testen. Ich werde vielleicht dann aber ins Buch gucken müssen. Aber das verzeiht ihr mir dann. Ja, hoffe ich. Weil ich natürlich jetzt, weil das Deck natürlich sehr speziell ist. Ja. Interessanterweise, das erzähle ich euch jetzt mal beim Mischen. Ich habe das Deck ja nicht gesucht. Ich habe irgendein Deck bei Google bei diesem Bildersucher eingegeben, weil ich mir die Bilder angucken wollte. Weil ich mal so reinfühlen wollte. Ich glaube, das war das Spirit-Tarot, was auch sehr kabbalistisch ist. Weil ich wollte mal so ein kabbalistisches oder alchemistisches Tarot. Und Deck. Und da wurden die dann auch angezeigt. Ja. Dieses Deck. Also Fotos. Da dachte ich, boah, das sieht ja interessant aus. Weil ich suche auch jetzt in letzter Zeit immer Decks, die Pip-Decks sind. Das ist hier ja ein Pip-Deck. Es hat nicht diese typische Szenerie, die beim Rider-White ist. Guck, das sind ja hier Pips. Ohne Menschen drauf. Ohne großartige Szene. Und dann habe ich mir, dann habe ich bei YouTube, das mache ich ja dann immer als erstes, bei YouTube gesucht, nach Filmen. Es gab keine Vorstellung von diesem Deck. Das ist echt interessant. Ich habe nur eine Spanierin oder vielleicht war es auch eine Südamerikanerin, ich weiß es nicht, gefunden, die mit diesem Deck Readings gemacht hat, öffentliche. Und dann habe ich mir die Readings angeguckt, damit ich mir die Karten auch angucken kann. Und ja, so kam das. Und dann habe ich so gedacht, ich gucke jetzt mal, was die kosten. Und dann haben die wirklich, also die englischen, hatte ich ja schon gesagt, im hunderter Bereich, auch das spanische Deck. Und dann habe ich aus Spaß an der Freude einfach mal im deutschen Amazon geguckt. Und dann gab es die tatsächlich für knapp 5 Euro. Die habe ich jetzt für knapp 5 Euro bekommen. Und es hat anscheinend einen Sammlerwert, weil sonst würden die ja, oder zumindestens jetzt das englische und spanische Deck, sonst würden die ja nicht so hoch gehandelt werden. Ja, und jetzt machen wir eine Legung. Eine Dreierlegung mache ich. Und machen wir erst mal eine Dreierlegung. Was jetzt so bei dir anliegt, was so die Zeitqualität ist, was bei dir anliegt. Wenn du es mitnehmen willst, kannst du es mitnehmen. Wenn nicht, dann halt nicht. Okay, wir haben hier, haben wir die 8 der Stäbe. Das lag jetzt also unten. Wow, dann fangen wir gleich, jetzt haben wir wieder lauter Schwerter. Ich möchte aber eigentlich nicht nur Schwerter haben. Das ist nicht gut gemischt, sorry. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich habe ja auch meinen Spaß, möchte ja auch meinen Spaß dran haben. Habe ich die jetzt nebeneinander rausgezogen. Das Blöde ist, wenn man die natürlich jetzt geordnet hat, dann sind die natürlich nicht mehr durcheinander. Und, ach, okay, die nehmen wir jetzt wirklich. Also, obwohl ich hätte jetzt gern die 10 der Schwerter mal gedeutet, weil ich einfach wissen will, was es ist, aber egal. Okay, machen wir nochmal neu. Was liegt gerade bei dir an? Der Teufel sollte auf alle Fälle kommen. Okay, wir haben den Buben der Scheiben, das ist die Hauptkarte und das ist ja Erde, ja. Und als Sternzeichen ist es wohl der Stier und der Stier ist ja ein ganz, schon kraftvoller, volles vom Charakter her Sternzeichen, aber auch sehr herzverbunden. Er kümmert sich gern um seine Familie, er ist sehr familienorientiert. Und der Bube an sich ist ja auch so, der Bube ist bei der Erde, beim Erdelement, was ja die Scheiben sind, auch derjenige, der so ein bisschen heimelig ist, aber der gerne ausprobiert, der viel wissen möchte und der auch, aber auf eine ruhige Art und Weise und der auch die Dinge zum Wachsen bringt, ja. Das würde ich jetzt mal so sagen, mal gucken, was hier jetzt auf diesen Karten steht. Überschwang, beweglich wie auch sprunghaft, enthusiastisch, ah ne, Stäbe, sorry, ich habe mich schon gewundert. Die sind auch verkehrt rum, die gehören ja auch so rum. Wo ist es denn jetzt? Ne, sechs. Stäbe, Scheiben, hier. Ach, der hat die Hofkarten extra gemacht, deswegen bin ich jetzt durcheinander gekommen. Arbeit, Fähigkeiten im materiellen Bereich, große Arbeitskraft, ausdauernd, geduldig, künstlerische Vision regiert vom Stier. Das ist das, was ich eigentlich auch so meine, dass er eben natürlich im materiellen Bereich sich ausleben möchte und aber auch kreativ ist, aber auch neugierig, neugierig, um eben auch sich Wissen anzueignen. Also es geht auch ein Stück weit darum. Und das ist jetzt so die Grundenergie, dass du im materiellen Bereich dich, da bist du halt noch irgendwo am Anfang, entweder bei der Arbeit oder weiß ich nicht, in deinem familiären Bereich ist irgendein Projekt noch am Anfang, würde ich mal sagen, wo du jetzt dich ausprobieren darfst, wo du was zum Wachsen bringen darfst, wo du wirklich deine Fähigkeiten einbringen darfst, deine materiellen Fähigkeiten, deine konkreten kreativen Fähigkeiten. Und das wird jetzt aber von dem kleinen Teufelchen noch ein bisschen behindert, vielleicht ist das so dein Drang, den du hast. Ja, vielleicht auch ein Stück weit deine Berufung durchzuleben, weil hier geht es ja auch um die Fähigkeiten, habe ich ja gerade gelesen. Ja, du hast auch eine künstlerische Vision, es geht um deine ganz konkreten Fähigkeiten im handwerklichen Bereich, würde ich fast sagen. Also nichts Spirituelles oder nichts Geistiges, sondern wirklich im ganz materiellen Bereich hast du irgendeine Fähigkeit, also wenn das jetzt auf dich zutrifft, darfst du es mitnehmen. Wenn du jetzt überhaupt nicht so drauf bist, dann kannst du jetzt die Legung beiseite legen, die du gerne ausdrücken möchtest, die du gerne machen möchtest, wo du so einen richtigen Wunsch hast. Das heißt, ich will das jetzt ausleben, ich will mehr ausprobieren, ich möchte da jetzt meinen Samen setzen und da mehr draus machen, vielleicht sogar aus meiner Fähigkeit, die ja letztendlich vielleicht meine Berufung ist, auch ein Beruf. Aber du traust dich noch nicht, da ist noch das Teufelchen, das klopft hier noch an. Was sagt er denn zum Teufel? Das kleine Selbst oder ich, das ist ja süß. Das Ego, die Persönlichkeit, Individualität, Trennung, Gespür für das eigene Selbst, Selbstsucht, die persönliche individuellen Bedürfnisse erfüllen, ohne sich mit der Maske des Egos übermäßig zu identifizieren. Das ist toll. Oh, das ist ein schöner Satz. Also genau, hier geht es darum, dass du deine Maske, die du vielleicht die ganze Zeit gelebt hast, ja, die dein Teufel dir, ja, der zeigt dir jetzt irgendwie, du lebst was, was du gar nicht leben möchtest, nämlich auf der Arbeitsebene im Prinzip. Und dass du deine Fähigkeiten jetzt nach draußen bringen sollst und leben sollst und ausprobieren sollst und vielleicht sogar auch einen Beruf draus machen sollst, also in die Arbeit integrieren sollst, weil das sind ja handwerkliche, also ganz speziell, also ganz irdische Fähigkeiten, keine geistigen. Es geht hier wirklich ums Materielle. Und der klopft bei dir an, der klopft bei dir an, damit du, der triggert dich vielleicht ein bisschen, der Teufel, damit du in die Gänge kommst. Also irgendwas liegt bei dir jetzt an, wo du getriggert wirst, wo du, ja, wo du vielleicht auf deine Schatten hingewiesen wirst vom Teufelchen, damit du dich eben traust, damit du das noch bearbeitest und deine Maske ablegst und wirklich das an Berufung und Fähigkeiten lebst, was du letztendlich wirklich, wirklich kannst. Also was vom Herzen herkommt, was deine Fähigkeiten sind. Und die 2 ist auch eine ganz tolle Karte, die habe ich mir nämlich vorhin heimlicherweise mal durchgelesen, weil ich die so schön fand. Und ich weiß nicht mehr alles, auf alle Fälle wurde gesagt, dass normalerweise bei der 2 ja hier die Schlange oder auch keine Schlange, aber dass hier diese unendliche 8 ist, was Unendlichkeit bedeutet. Hier ist es aber eine Schlange, die nicht, keine unendliche 8 ist, sondern die offen ist und die sich wie eine Schlange einfach durchschlängelt. Und diese 2 der Münzen bedeutet Bewegung, sie bedeutet natürlich auch Dualität, das Helle und das Dunkle. Hier haben wir die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, I-Ging, ich gucke jetzt mal ein Buch, weil ich fand es so spannend. Die Karte hat mich total angezogen und vorhin, als ich sortiert hatte, habe ich mir die nämlich durchgelesen, lustig, dass die jetzt kommt. Genau, und diese Schlange legt nämlich die Betonung auf die Wellenbewegung im Leben. Ja, es geht mal vorwärts, mal rückwärts, mal... Und die können positiv oder negativ sein, die Pentakel, je nachdem, wie man das Bild halt betrachtet. Und das sind die I-Ging-Zeichen, heißen die genau. Das eine ist weiblich, das andere männlich, yin und yang, ja. Und die Energien stehen sich, also die gegensätzlichen Energien stehen sich im Prinzip gegenüber. Was letztendlich die Möglichkeit zum Fortschritt bedeutet, ja. Weil wenn was konträr ist, dann entsteht ja eine neue Energie. Und man macht neue Erfahrungen dadurch, ne. Wenn irgendwas sich, wie so ein Magnet, was sich gegenseitig teilweise auch abstößt, ne. Oder eben nicht abstößt, sich dann doch auch anzieht. Je nachdem, was los ist. Ne. Also das ist die Zeit, um im Fluss zu bleiben, ja. Das ist ja hier der Fluss sozusagen. Das ist ja diese Bewegung. Und das Schlüsselwort hoch, jetzt habe ich es gar nicht gezeigt. Ich halte es hier hin und war gar nicht in der Kamera. Sorry, ich dachte, es ist in der Kamera. Das Schlüsselwort ist Veränderung. Und es kann auch sein, dass da, wenn du ein Projekt machst, dass finanzielle Mittel kommen, dass die dir zur Verfügung stehen. Also, wenn du jetzt tatsächlich jetzt auf dein Teufelchen hörst, deine Maske ablegst und wirklich das lebst, was an Fähigkeiten in dir drin ist, das auch auslebst und zu deinem Beruf machst oder zu deiner Berufung, dann kann es vielleicht sogar sein, dass du, wenn du dafür finanzielle Mittel brauchst, und wenn du das wirklich aus dem Herzen kommst, dass die einfach auf dich zukommen, diese Mittel. Manchmal ist es so, du brauchst irgendwas, ich habe das öfter schon, ja. Plötzlich ist kein Geld da und ich bräuchte es aber für eine gewisse Sache und plötzlich ist es da. Also, das sagt diese Karte auch, dass das sein kann, dass im finanziellen Bereich für ein Projekt, das du machen möchtest, plötzlich das Geld da ist, was du vorher benötigt hast, ne, die finanziellen Mittel. Weil es kann ja jetzt auch sein, dass du dich ausprobieren möchtest in deiner neuen Fähigkeit und dass vielleicht auch die finanziellen Mittel eine Begrenzung sind, um dich auszuleben. Und vielleicht kommt ja dann tatsächlich was auf dich zu, was dich unterstützt im finanziellen Bereich, dann tatsächlich deine Fähigkeiten auch ausleben zu können, ja. Aber ich würde jetzt eher sagen, weil ich möchte mich nicht auf so eine Sache festlegen, dass du diesen inneren Drang verspürst, deine Fähigkeiten zu leben, die wirklich materiell sind, ja. Also, richtig materiell, nicht geistig. Und dass dein kleines Teufelchen dich immer wieder darauf hinweist, dass du die doch leben sollst. Und das kann dann natürlich zu Prozessen führen, zu tiefen Prozessen, mit denen du dich erstmal auseinandersetzen darfst. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du gleich ja, aber meistens sind ja Ängste da und Zweifel und hast du nicht gesehen. Wir kennen ja alle diesen Prozess. Und deswegen ist der Teufel da. Der eckt da so ein bisschen an, damit du diese Ängste bearbeitest und deine Maske irgendwann ablegst und dich traust, deine Fähigkeiten zu leben. Erstmal auszuprobieren und dann immer mehr durch mehr Arbeit dran, sie zu vervollkommenen, sage ich mal. Wenn man am Anfang ist, muss man sich erstmal ein bisschen ausprobieren. Und dann, je mehr du dich ausprobierst, desto mehr wirst du selbstsicherer in der ganzen Geschichte. Und irgendwann wirst du es vielleicht wirklich zu deiner Berufung und zu deinem Beruf machen. Und das ist letztendlich hier diese Bewegung, ja. Das sind Möglichkeiten. Manchmal wird es vielleicht so sein, dass dann eher alles so geht, also so konträr, dass du dann eben nicht in der Balance bist und dann vielleicht Schwierigkeiten hast. Das ist dann der Teufel, der dann vielleicht aneckt. Und dann zwischendurch wird es vielleicht auch wieder total fließen, weil dann Harmonie da ist. So würde ich die Karten jetzt deuten. Und ich rate dir, guck mal, wir haben jetzt hier bei den, wenn man eine Karte zieht, macht man ja oft auch so, dass man die unterste Karte nochmal liest. Und da haben wir die Königin der Stäbe. Und das ist ja der Witter. Und die Königin der Stäbe ist ja auch ein ganz, also im klassischen Tarot ist sie ja auch Wasser und Feuer. Und hier haben wir ja auch das Wasser. Hier ist ja der Mond. Hier haben wir ja auch noch einen Fluss. Und hier ist die Sonne im Hintergrund. Ja, also sie, das heißt, geh jetzt raus damit. Trau dich, lass es fließen, geh mit dem Fluss, hier die Bewegung. Trau dich einfach. Und wenn der Teufel mal aneckt und dir noch eine Angst oder einen Zweifel zeigt, dann geh in diese Angst, geh in den Zweifel rein, bearbeite es. Und lass es dann los und mach weiter, mach weiter. Deine Fähigkeiten in die Welt zu bringen, ist ganz, ganz wichtig. Und die Königin der Stäbe, die sagt dir, tu es jetzt. Ja. Okay, das ist die Legung. Ach, ich finde die Karten so geil. So geil. Und der Film wird eine Stunde. Lalalala. Aber Leute, guckt euch doch mal die Karten. Die sind gewöhnungsbedürftig. Also dieser Rand ist halt furchtbar. Aber ich finde die so schön, weil die einem so einen Raum geben für Interpretation. Und weil dieses Buch allein schon das Doppelte ganz viel wert ist. Diese Informationen, in diesen kurzen Beschreibungen ist so viel Information drin, die man noch für andere, die man grundsätzlich für Tarot auch verwenden kann, finde ich. Wenn man so gar nicht mit diesen ganzen Kabbalah oder was da alles. Ich bin ja ganz, ich gehe ja ganz jungfräulich immer an solche Sachen ran. Ich weiß ja gar nicht diese ganzen Symboliken und so. Das Einzige, was ich weiß, ist ein bisschen Astrologie. Und das Buch allein ist schon geil. Und ich finde es auch toll, dass es wirklich nicht so geschwafelt ist, sondern auf den Punkt gebracht. Das ist halt wieder typisch männlich, glaube ich. Ich will jetzt ja nicht so in die Archetypen reingehen. Und dann finde ich noch geil, dass da eben diese Zusatzkarten sind, wo man einfach mal schnell gucken kann. Wir standen jetzt eigentlich bei der 2. Veränderung, genau. Gegensätze, Gleichgewicht, Finanzielle. Ja, steht ja eigentlich alles, was ich gesagt habe. Also Leute, wer Interesse hat, ich glaube, der Anbieter hat noch für diesen sehr, sehr günstigen Preis, hat er, glaube ich, noch, das heißt, hat er noch Exemplare. Also auf alle Fälle im deutschen Raum auf Amazon kosten die nicht 100 oder 200 oder 500 Euro, die Karten, sondern auch relativ günstig. Also was heißt günstig? Aber ich weiß nicht, ob ihr die noch für 4 Euro dann bekommt, aber auf alle Fälle noch relativ günstig. Dafür, dass es nicht mehr aufgelegt wird und eigentlich schon einen Sammlerwert hat im Prinzip. Also ich empfehle die Karten für die Leute, die gerne ein bisschen rumprobieren, die gerne sich ausprobieren wollen, die gerne intuitiv mit Tarot arbeiten wollen. Dieses Deck gibt einem nochmal eine ganz andere Sichtweise. Genauso wie das 4 Elements Tarot, was ich ja auch total liebe, was einem auch eine andere Sichtweise gibt. Oder das Universal Tarot, was auch nochmal anders ist. Ich finde solche Tarot Decks total wichtig, auch zu haben und damit zu arbeiten, damit man sich einfach noch viel mehr der Intuition öffnet. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel schwafeln. Okay, danke, 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 dass du mich begleitet hast hier bei meinem Unboxing und für dein Interesse. Ja, und wenn du magst, darfst du mal ein Feedback abgeben, wie dir das Deck gefällt. Ich meine jetzt über die Kamera, durch die Kamera kann man das natürlich alles nicht so wahrnehmen, aber und ja, und ich freue mich natürlich über Likes, wenn es dir gefallen hat und über Abonnements, wenn du noch mehr über mich sehen willst, kannst du mich auch abonnieren. und wenn du auf meine Webseite gehen willst, dann darfst du auch auf meine Webseite gehen, andreawirk.com. Da biete ich ja auch unter anderem Land, also diese Readings an, Seelenlandkartenlegungen. Wenn du gerne mal eine Legung haben möchtest, dann mache ich dir gerne eine. Ich suche zwar immer intuitiv die Decks aus, aber wenn du ein ganz spezielles Deck haben möchtest, was ich auch legen soll, dann mache ich das natürlich auch. Ich mache große, aber auch ganz kleine Readings, also so Dreierlegungen mache ich auch. Das kann man dann auch gut über den Chat machen, das muss noch nicht mal auf Film aufgenommen werden. Also falls du Interesse hast und wenn du dich für Tarot legen interessierst und für Karten deckst und da Fragen hast, dann darfst du mich gerne auch kontaktieren. Ich mache auch gerne eine kleine Einführung. Also ich weiß nicht viel über die Geschichte von Tarot, aber ich weiß, ich kann dir dich dort hineinbringen, das Ganze ein bisschen intuitiver anzugehen. Da kann ich dich sehr, sehr gut unterstützen. Weil die Geschichte kannst du dir auch in irgendeinem Buch anlesen. Okay, jetzt mache ich aber Schluss. Jetzt haben wir gleich eine Stunde. Jetzt schneide ich den Film und dann stelle ich ihn online. Okay, herzens Dank fürs Zugucken. Alles Liebe. Tschüss.